Hallihallo, ist der Gigi Anderson. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Schlagerparadies. Es geht um die durchgeknallte Sommerhitparade und da würde ich gerne drei Kolleginnen und Kollegen nominieren. Pia Marlowe und ihr Vater Olaf der Flipper und Andi Borg. Alles Liebe, liebe Grüße. Tschüss. Aber Mama weine sehr, hat ja nun kein Händchen mehr. Da besinnt sich das Kind, geht nach Haus geschwinkt.